Bernhard Berni Klott war ein deutscher Fußballspieler, der mit dem FC Schalke 04 im Jahre 1958 die deutsche Fußballmeisterschaft und mit der Fußballnationalmannschaft im Jahre 1954 die Weltmeisterschaft gewann. Laufbahn Bernhard Klott wuchs als Jüngster von fünf Brüdern im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck auf. Stiefbruder Hans Klott brachte 1940 den 14-jährigen Berni Klott, der nach der Schulzeit eine kaufmännische Lehre durchlief, in die Jugendabteilung der Königsblauen. Kriegsbedingt debütierte der vielseitig einsetzbare Offensivspieler bereits am 14. März 1943 in der Gauliga Elfe der Schalker bei einem 10-1-Erfolg gegen den VfL Bochum. In der Gauliga Westfalen war der Nachwuchsspieler 1943 und 1944 an den Titelgewinnen jeweils vor dem VfL Altenböcke beteiligt. Am 30. Mai kam der junge Spieler erstmals in der Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft zum Einsatz. Schalke verlor mit 1 zu 4 Toren bei Holstein Kiel. Bruder Hans hütete das Tor, Heinz Flote und Berni stürmten an den Flügeln gegen die Holstein-Elf, welche mit Kurt Krüger, Franz Linken und Ottmar Walter prominent besetzt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte er mit Schalke 04 von 1945 bis 1947 zwei Runden in der Landesliga Westfalen. 1946 wurde die Meisterschaft vor Westfalia Herne und 1947 vor dem STV Horst Emscher Errungen. Als im Westdeutschen Fußballverband zur Saison 1947-48 die Fußball-Oberliga West ihren Spielbetrieb aufnahm, stürmte Klott an der Seite der Ex-Nationalspieler Ernst Kutz-Orrera und Fritz Zepan. Er bestritt alle 24 Rundenspiele und erzielte acht Tore, Schalke belegte den sechsten Rang. Am ersten Spieltag der Debütrunde der Oberliga bildete er am 14. September 1947 zusammen mit Zepan, Herbert Burdenski, Kutz-Orrera und Paul Winkler den Angriff der knappen Elf, die bei Hamburg 07 2 zu 2 unentschieden spielte. Die nächsten zwei Runden 1948 bis 1950 stürmte er dann bei der lokalen Konkurrenz STV Horst Emscher, die im Auftakt ja der Oberliga den dritten Platz errungen hatte. Mit der Mannschaft aus dem Fürstenwack-Stadion belegte er die Plätze 3 und 4, Schalke rangierte auf dem 12. bzw. 6. Platz und zog mit den Emscher-Husaren 1950 in die Endrunde ein. In seinem ersten Jahr bei den Schwarz-Blauen gewann er beide Derbys gegen seinen Stammverein Schalke 04. In der Hinrunde mit 4 zu 2 und in der Rückrunde vor 30.000 Zuschauern mit 4 zu 1 Toren. In der Endrunde 1950 traf Klott mit Mittelstürmer Alfred Kellbasser auf den Meister von Süddeutschland auf die SPV GG Fürth. In Worms brachte er auf Rechtsaußen stürmend am 21. Mai seine Mannschaft in der 17. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Am Ende setzten sich aber die Franken mit 3 zu 2 Toren durch. In den zwei Runden absolvierte Horn Berni Klott für Horst Emscher 53 Oberligaspiele und erzielte 18 Tore. Während seiner Aktivität bei den Emscher-Husaren stürmte er am 8. Mai 1949 in der Regionalauswahl von Westdeutschland in Bremen gegen Norddeutschland. Nahm vom 14. bis 19. November 1949 in Duisburg am 1. Nachkriegslehrgang der Fußball-Nationalmannschaft unter Sepp Herberger teil und absolvierte. Am 14. Mai 1950 ein weiteres Spiel für Westdeutschland in Köln gegen Norddeutschland. Zur Runde 1951 stillkehrte er wieder zu seinem Stammverein Schalke 04 zurück. Der Rückkehrer erlebte 1951 an der Seite von Torjäger Hans Kleiner den Titelgewinn in der Oberliga West und 1952 die Wietzenmeisterschaft. In den Endrunden spielte Schalke aber keine Rolle. 1952 gab es sogar eine 2 zu 8 Niederlage beim Hamburger SV. Im DFB-Pokal machten Klott und seine Mannschaftskameraden mit dem Einzug in das Finale am 21. Mai 1955 in Braunschweig gegen den Karlsruher SC auf. Sich aufmerksam. Mit Trainer Eduard Frühwirt und dem neuen Sturmpartner Willi Koslowski holte sich der ab 1955 von Hermann Eppenhoff das Kapitän samt übernommene Angreifer 1956 die Wietzenmeisterschaft und zog damit wieder in die Endrunde ein. Hier bestätigte die neue Schalker Mannschaft ihren Leistungszuwachs und belegte Punkt gleich hinter dem Finalisten Karlsruher SC den zweiten Rang in. Der Gruppe I. Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft 1958 in Schweden feierte Klott mit einem Punktvorsprung gegenüber dem 1. FC Köln mit seinen Mannschaftskameraden die Westmeisterschaft 27 Rundenspiele mit 15 Treffern des Spielführers und in der Endrunde mit 16 zu 1 Toren und 6 zu 0 Punkten. Gegen den Karlsruher SC, Eintracht Braunschweig und Tennis Borussia Berlin den Einzug in das Finale am 18. Mai in Hannover gegen den Hamburger SV. Im Finale spielten sich Berni, Klott und Co. in einen regelrechten Rausch und ließen den völlig überforderten Norddeutschen vor 81.000 Zuschauern im prallgefüllten Niedersachsenstadion keine Chance. Der überragende Klott eröffnete nach nur vier Minuten mit einem fulminanten Kopfball den Torreigen, traf nach einer knappen halben Stunde auch zum 2 zu 0 und schickte zehn Minuten vor Schluss Manfred Kreuz auf die Reise zum 3 zu 0 entstand. In der Saison 1958-59 still ragten die sieben Spiele mit drei Toren im Europacup der Landesmeister gegen KB Kopenhagen. Wolverhampton Wanderers und Atletico Madrid heraus, wogegen es in der Oberliga nicht nach Plan für den siebenmaligen deutschen Meister lief. Mit 35 Jahren zog der Senior 1962 nochmals als westdeutscher Wiesemeister mit Trainer Georg Gavlicek in die Endrunde ein. Sein letztes Oberligaspiel absolviert Horn-Berni, Klott am 30. Spieltag den 7. April 1962. Beim 5 zu 3 Heimerfolg gegen Borussia Dortmund mit den Angriffskollegen Horst Asmühl, Werner IPTA, Willi Koslowski und Waldemar Gerhardt. Nach insgesamt 383 Spielen und 147 Toren verabschiedete er sich aus der Oberliga West. Aber erst mit dem letzten Spieltag der Endrunde 5. Mai beim 1. FC Nürnberg beendete Bernie Klott seine Spielerlaufbahn. Von 1943 bis 1962 hatte er 25 Endrundenspiele absolviert und dabei elf Tore erzielt. Offiziell verabschiedet wurde Klott am 12. Juni 1963 mit einem Freundschaftsspiel gegen die bulgarische Nationalmannschaft, wobei ihm der 1 zu 0 Siegtreffer glückte. Später sah man ihn viele Jahre lang im Trikot der prominenten Elfe des westdeutschen Rundfunks bei diversen Sportpressefesten und Wohltätigkeitsveranstaltungen. Matthias Kropp beschreibt den Spieler Klott mit folgenden Worten. Der Bundespräsident ehrte seine sportlichen Leistungen mit der Verleihung des silbernen Lorbeerblatts. Der FC Schalke 04 zeichnete ihn mit dem Ehrenring aus. Bernie Klott hatte bereits im November 1949 dem Aufgebot für den ersten Nachkriegslehrgang der Fußballnationalmannschaft angehört. Stürmte am 12. November 1950 in Frankfurt beim Repräsentativspiel der Auswahlmannschaften von Westdeutschland gegen Süddeutschland und gehörte zehn Tage später, den 22. November dem Kader von Bundestrainer Sepp Herberger für das erste Nachkriegsländerspiel in Stuttgart gegen die Schweiz an. Vor 115.000 Zuschauern bildete er zusammen mit Max Morlock, Ottmar Walter, Fritz Balog und Richard Herrmann den Angriff der mit 1 zu 0 Toren siegreichen DFB 11. Vor der endgültigen Nominierung in den Kreis der 22 WM-Spieler am 3. Juni 1954 zur Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz standen für den Schalker. Angreifer noch mehrere WFV-Auswahlspiele, DFB-Testspiele, ein B-Länderspiel am 29. April in Offenburg gegen die Schweiz und fünf weitere Einsätze in der A-Nationalmannschaft auf dem Programm. Konkurrenten auf der Rechtsaußenposition stellten insbesondere Felix Gerritsen und Helmut Rahn dar. Beim WM-Turnier kam Klott in den zwei erfolgreichen Vorrundenbegegnungen gegen die Türkei zum Einsatz. In den weiteren Spielen des Turniers entschied sich Bundestrainer Herberger für den Individualisten und Torjäger Helmut Rahn am rechten Flügel. Mit seinen zwei Turnierspielen sowie seiner fairen kameradschaftlichen Verhaltensweise im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft, trug Bernhard Klott wesentlich mit zum Erfolg der DFB-Mannschaft bei. Vor der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden waren dem Spielführer der Königsblauen mit Hans Kieslatschik, Engelbert Kraus, Richard Kress, Bernhard Steffen, Heinz Wollmer und Erwin Waldner ernsthafte Konkurrenz auf den Flügelpositionen erwachsen. Bernhard Klott steigerte sich im Laufe der Oberligasaison 1957 58 aber nochmals in höchste Form. Er trug in 27 Ligaspielen mit 15 Toren entscheidend zum Gewinn des Westtitels und im Mai 1958 zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft bei. Herberger nahm die überragende Spielerpersönlichkeit des siebenfachen Meisters mit zur Weltmeisterschaft nach Schweden und setzte ihn in den zwei Vorrundenbegegnungen gegen die Tschechoslowakei und Nordirland am 11. und 15. Juni ein. Beide Gruppenspiele endeten 2 zu 2 und Klott stürmte dabei auf links außen. Mit seinem 19. Länderspiel am 20. Mai 1959 in Hamburg gegen Polen endete seine internationale Laufbahn. Erfolge Weltmeister, Vierter der Weltmeisterschaft, 1958, beruflich. Elf Jahre lang war Klott der Wirt am Schalker Markt, ehe er Verkaufsleiter einer großen Brauereigruppe im Ruhrgebiet wurde. Der beliebte Fußballer wohnte in Gelsenkirchen-Lückendorf. Tod. Nach einem Herzinfarkt und einem Gehirnschlag war er seit 1990 rechtzeitig gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Garmisch-Patenkirchen, wo er im Mai 1996 verstarb. Verweise Deutschland bei der WM 1954 in der Schweiz Deutschland bei der WM 1958 in Schweden Verkaufsleiter einer großen Brauereigruppe